hey hey ist norwegisch und heißt hallo einen wunderschönen guten tag liebe gäste ich bin annett beidlich ihre entertainment managerin an bord von der idacara und wir machen uns gemeinsam auf dem weg in den hohen norden sozusagen ins reich der schneekönigin mit der sie auf jeden fall wunderbare eindrücke sammeln werden und atemberaubende landschaften es waren so viele schöne sachen was hat uns am besten gefallen fand ich das wetter weil das einfach sensationell ist glaube ich für die jahreszeit und das beantwortet schon aber auch unsere husky tour mit einem schneegestöber also alle hatten sonnenschein und wir hatten schneegestöber und es hätte einfach nicht besser sein können es war perfekt überall schnee von oben von unten es war super aber an sich die ganze reise war toll einmalig ja das kann man nicht in worte fassen das ist wir konnten auch vorher niemanden sagen wie es war man muss die bilder dazu sehen also das kann man nicht sagen es ist wunderschön diese reise im tiefsten winter norwegen zu erleben das ist doch fantastisch ich finde im sommer kann nicht jeder erfahren aber im winter mit da jeder das ist doch ganz toll ich weiß nicht was noch schöner geht also wirklich war es einfach fantastisch bin begeistert echt auch es auch Untertitelung des ZDF, 2020